Käfig. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Booker? Sie sagen, sie wüssten, was kommt. Nicholas Cage? Booker! Wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen. Du setzt deine Tochter nicht. Der Zorgel! Der Zorgel! Wir schicken sie ins Grab! Warum, was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen! Ihn ansingen? Er ist ja mit höher auf! G. 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 Es ist Musiknoten, Booker! Ach so! Oh, oh! Ich bin hier! Willst du mir helfen? Du musst mich beschützen! Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte! Los! Los! Los, los, los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Wachsflotte einsetzen! Oh, okay. Oben rechts ist eine neue Anzeige. Heilige... Ah, heilige Scheiße! Oh, jetzt pass auf. Oh, voll von der Skyline! Du kannst dir Songbird befehlen, feindliche Bedrohungen anzugreifen. Ziele auf ein beliebiges, markiertes Ziel und halte F gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abklingzeit. Ist das die Abklingzeit oder ist das eine Energie oder ist das die Energie vom Zeppelin? Ich glaube, das ist die Energie von unserem Zeppelin. Gut. Ja. Okay. So. What? Hilfe! Okay, die Abklingzeit sehen wir auch oben rechts. Schön, Vögelchen! Dann mach mal. Das ist gar nicht so leicht, wenn der Skyline nicht geht, lieber runter. Ich bin unverwundbar. Ihr Idioten. Ja! Schon dabei. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, immer noch. Der klingt immer noch ab. Gut. Leute. Das finde ich gar nicht witzig. So. Hierher. Bitte. Bitte hierher. Danke. Huah. Der wird mir immer sympathischer, das Vögelchen. Der kleine Piepmatz. Okay. Schwer dich, wer dich. Oh Gott. Die haben da ein Geschütz dran. Ich glaube nicht, dass ich doch... Das bekomme ich kaputt. So. Haha. Keine Chance gegen Bucca. Mhm. Bin schon dabei. Beziehungsweise Songbird. Ja. Ja. Wow. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Ciao. Hahaha. Hahaha. Ja. Kommt mal bitte alle her. Oh, ihr... Ist ja perfekt hier. So. Ach ja. Schießen die auf... Schießen die auf den Songbird? Wieder euch. Aber ihr auch nicht. Schon okay. So. Das Vögelchen... Kann ich das Zeppelin nach hinten angreifen? Den Zeppelin. Entschuldigung. Oh, oh. Das da. Birdie? Wo denn? Ach so, ja. Verstöre alle Vox-Zeppeline. So. Na dann. Finde ich ja gerade echt ziemlich geil hier. Nun. Oh, hi, Digge. Oh, Gott. Perfekt, danke. Ich muss mir die irgendwie herziehen. Ich habe Angst, da hinzugehen. Ha. So. Das sieht doch gut aus hier. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Eieiei. Boah, das musste sein. Der war mir zu gefährlich da. Und noch einer. Perfekt. Also nicht perfekt, aber halt perfekt ironisch. Perfekt. Oh Gott. Der greift das, der greift das Zeug da an. Ey, lass das gut sein, Kumpel. Lass das gut sein. Das ist gar nicht nett. Gar nicht nett. Ich bin denen gerade irgendwie voll egal. Ich fühle mich ein bisschen im Stich gelassen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und mir überhaupt erst recht gar nicht. Du weißt schon. So, weg mit diesem Geschütz. Das ist nicht gut. Perfekt. Weg damit. Boah. Das ist ja so eppisch. Komm da echt unten raus. Ach du Scheiße. Wie viele einfach. Oh mein Gott. Ich bin denen voll egal, aber das ist gut. Verdammt, die greifen das Zeug da an. Okay, erst der da. Komm schon. Komm schon. Ja. Warte. Ich bin schon da. So. 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 Okay. Das werde ich auch gleich in Betracht ziehen. Oh. Heilige Scheiße. Wo? Wo? Angreifen bitte. Ach du Scheiße. Ist die Kacke gerade am Dampfen. Doch. Oh Scheiße. Ich muss die Raketen da weg holen. Aber das kann ich nicht. Heilige. Da komme ich auch nicht rauf. Da sind keine Häkchen. Da irgendwo welche. Ja. Nein. Ja. Ja. Aua. Ach du Kacke. Nein. Ah. Scheiße. Ich brauche die Medizin. Geht's da. Nein. Da. So. Ja. Sehr viel Bedarf. Munition kann ich gerade echt gut gebrauchen. Nein. Bitte nicht. Worauf schießt der denn? Das reicht's aber. Okay. Songbird ist gleich wieder einsatzbereit. Huuu. Aufhören. Ei, ei, ei. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Wer schießt den noch rauf? Ach schon wieder. Patriots. Ich hab Linke nicht gewählt. Nee. Die haben gar keinen Bock auf mich. Überhaupt nicht. Nur die Soldaten ein bisschen. Aber die Patriots eigentlich überhaupt nicht. Ja. Mach ich. Tschüss. Also tschüss. Jetzt gleich dann. Tschüss. Danke. Brauchst du gar nicht. Du bist tot. Richtig. Und das war doch gar nicht so übel. Und das war doch gar nicht so übel. Und das war doch gar nicht so übel, Booker. Booker, hier. Oh. Oh. Munition, hier. Ja. Ich bin nicht schwerhörig und auch nicht debil. Keine Sorge. Ja. Alles durchsuchen. Vergiss dich, deine Kräfte einzusetzen. Und mit diesen Worten begeben wir uns zum Bug. Bug ist vorne oder hinten beim Schiff? Ich glaub vorne. Ah. War das richtig? War das richtig? Bitte sag mir, dass es richtig war. Spiel mir Titanic nach. Komm schon. Ja, ist doch richtig. Aber der Finger hat natürlich allerhöchste Priorität. Wie viel Songbird den Siphon zu zerstören? Okay. Nimm die Flöte. Warum kannst du das nicht machen? So, hier ist es auf der Ocarina spielen. Okay. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Vogel oder Käfig. Ein Meisterwerk. Die Flöte. Die Flöte. Elisabeth. Der Vogel Elisabeth. Ich kann ihn nicht halten. Er kommt. Nein, er kommt nicht. Was zum... Wo ist er? Wo ist er? Wo sind wir? Huuuuh. Nee. Es ist ja gut. Es ist ja gut. Ich bin hier. Was los? Gut. Oh nein. Nein. Elisabeth. Es tut mir leid. Sorry, das ist gerade voll traurig. Aber schaut mal, wo wir sind. Was ist das hier? Elisabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Nee. Ich fass es ja nicht. Nein, ich will hier nicht weg. Ich bleib für immer hier. Ich bleib für immer hier. Oh Gott, ey. Mein Bioshock-Herz schlägt höher. Rapture. Wir sind ein Rapture. Wie geil ist das denn bitte? Ich fass das gerade gar nicht. Rapture. 1946. Eigentlich sehr viel später. One Man's Vision. Mankind's Salvation. Äh. Wie war nochmal die genaue Übersetzung? Auf jeden Fall. Die Rettung der Menschheit ist Rapture. Und da gab es Elektro-Bold. Wisst ihr noch? Galerys Guard. Oh Gott, ich fass es ja nicht. Wie geil ist das denn bitte? Die Mülltonne. Die ist sogar da. Nee, ich glaub das gerade gar nicht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Oh Gott, wie geil ey. Jetzt wird nur noch der eine, der eine Splicer, der mit der Rohrzange kommt. Äh, 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 äh. Ey, das ist doch unfassbar. Hier war der Spider-Splicer. Ach du Scheiße. Und der Bildschirm ist aufgeplatzt. Äh. Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit? Ein Durchgang. Ich muss es dir zeigen. Das ist Gottverdammt. Rapture Booker. Weißt du, wo wir sind? Ne Vita Chamber. Die ist auch da. Oh, die Musik. Ah. Ryan besitzt uns nicht. Oh, ich, ich bin, ich kann, ich kann das nicht begreifen. Oh. Ich feier das gerade so. Das glaubt ihr gar nicht. Bettis 4 aktivieren. Oder auch Tauchkugel genannt. Das werde ich vermutlich bereuen. Wenn jetzt der Film kommt, ey, ich sag's euch. Ich, äh. Heilige Scheiße. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Lächerlich. Ah ja. Sowas wird's nie geben, Booker, nicht wahr? Sowas ist doch unrealisierbar, nicht wahr? Unmöglich. Doch, es ist wahr. Der Leuchtturm. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott. Wunderschön. Was, die Sterne? Ja, hab ich mich auch gerade gefragt. Elisabeth, das sind Sterne. Sterne. Weißt schon, ey. Weißt du? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Wieso fahren wir aus Rapture raus, um jetzt wieder reinzufahren? Oh. Ich kann mir gerade nicht helfen, aber ich glaube, es hat irgendwas... Kriegst du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, hab ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her? Er war schon immer da. Ich... Ich konnte ihn nur nicht sehen. Was? Okay. Elisabeth, du bist mir langsam etwas unheimlich. Ach du Scheiße. Da ist das Flugzeug abgestürzt. Da hinten. Dann sind wir hergeschwommen. Ach man. Ja, was ich gerade sagen wollte. Ich kann mir gerade nicht helfen, aber dieser Typ wisst ihr noch ganz am Anfang. Im ersten Part. Da war doch ein Typ mit einem Sack über dem Kopf und der war irgendwie erstochen oder erschossen. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, wir werden den jetzt treffen oder irgendwas in der Art. Was meinst du? Tür öffnen. Wir finden es auf jeden Fall raus. Oh Gott, Leute. Das ist doch jetzt... Das ist doch spannend. Die Spannung schlechthin, das glaube ich ja fast gar nicht hier.